Rückrundenauftakt Der FC Bayern München startete mit einem 3-Doppelpunkt-1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim in die Bundesliga-Rückrunde. Laut FCB-Trainer Niko Kovac muss sich Borussia Dortmund warm anziehen. Der FC Bayern erwischt gegen Hoffenheim einen blitzsauberen Start. Doch in der zweiten Hälfte bricht der Rekordmeister ein und verspielt um ein Harden-Sieg. Angeführt von Scharfschütze Leon Goretzka hat Bayern München die Jagdsaison mit einem Volltreffer eröffnet. Der Rekordmeister gewann zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga 3-Doppelpunkt-1-2-Doppelpunkt-0 bei der TSG Hoffenheim und hat den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund erst einmal auf drei Punkte verkürzt. Der BVB spielt am Samstag, 18.30 Uhr im Live-Decker bei t-online.de, im Spitzenspiel bei RB Leipzig. Koretzka, 34. und 45.plus1, und Torjäger Robert Lewandowski, 87. 85. trafen für die Münchner, die erstmals seit 2011 nicht als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte gingen. Für die Bayern war es der sechste Sieg in Folge, zuletzt hatten sie zweimal hintereinander ihre Gastspielen in Zinsheim verloren. Dagegen kassierten die Kraichgauer, die den erneuten Einzug in die Champions League anstreben, die erste Niederlage nach zehn Partien ohne Pleite. Daran endete auch das Tor von Nationalspieler Nico Schulz, 59., nichts. Insgesamt war es ein guter Kampf von uns. Wir haben das Ziel, Meister zu werden, sagte Doppelpacker Koretzka zufrieden kurz nach Spielen der im ZDF und TSG-Torschütze Schulz äußerte, wir haben von der Mentalität her zwei verschiedene Halbzeiten gehabt. Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Zinsheimer Arena lief bei beiden Mannschaften zu Beginn nicht alles rund. Dennoch erspülten sich die Bayern, die ohne Frankri, Arjen Robben und Corentin Tolisso auskommen mussten, unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw in der zehnten Minute die erste Chance. Die Direktabnahme von Lewandowski verfehlte ihr Ziel nur knapp. Die Hoffenheime waren zwar extrem offensiv aufgestellt, brachten nach vorne zunächst aber kaum etwas zustande. Die Mannschaft Nagelsmanns, der in der nächsten Saison Leipzig trainieren wird, wurde von den Gästen in die Defensive gedrängt. Auch Konter funktionierten nicht. Thomas Müller hätte in seiner typischen Wühle-Manier aus kurzer Distanz fast die FCB-Führung erzielt, 19. kurz darauf waren es Metz Hummels nach einer Ecke, 28. und erneut Müller, 29., die die längstfällige Führung auf dem Fuß hatten. Von der TSG kam so gut wie nichts. Koretzka brachte mit seinen beiden Toren die deutliche Überlegenheit dann doch noch vor der Pause auf die Anzeigetafel. Zu Beginn der zweiten Hälfte stellte Nagelsmann um. Der wieder einmal schwache Abwehrchef Kevin Vogt drückte ins defensive Mittelfeld, aus der Dreierabwehrkette wurde eine Viere-Kette. Das führte dazu, dass die Hoffenheimer deutlich besser ins Spiel kamen. Der Brasilianer Jörlindon und Kerem Demmerbay konnten die Doppelchance zum Anschlusstreffer aber nicht nutzen, 53. Drei Minuten später brachte Nagelsmann gleich zwei neue, um den Druck noch weiter zu erhöhen. Für Dennis Geiger und Florian Grilic mussten Kapitän Vogt sowie Demmerbay weichen. Die Maßnahme wurde sofort von Erfolg gekrönt. Schulz schloss einen Konter infolge einer Bayern-Ecke stark ab. Das Ganze war fast eine Kopie des zweiten Goretzka-Treffers, der nach einem TSG-Eckball fiel. Im Anschluss beruhigte sich das Spiel zunächst, die Bayern wollten den Dreier über die Zeit retten. In der 79. Minute kam James für Thiago bei den Bayern. Auf Seiten der TSG ersetzte Adams Zahler seinen Sturmkollegin Jörlindon. Lewandowski machte mit seinem 11. Saisontreffer dann alles klar. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team